Was für Tiere sind denn Seegurken? Seegurken leben im Meer. Es sind also Meerestiere. Und schau dir an, wie sie aussehen. Ein bisschen sehen sie wirklich aus, wie eine Gewürzgurke. Aber wenn du genau schaust, hat ihre Haut sogar so kleine Stachel. Deswegen sind Seegurken auch Stachelhäuter, die im Meer wohnen. Meine Güte! Vielleicht kannst du mal im Internet nachschauen, ob du noch mehr Bilder von Seegurken siehst. Das ist bestimmt sehr spannend. Viel Spaß!